was wirklich hinter krisenboots steckt hallo freunde ich muss mir mal reden mit euch das wird auch mal mit euch reden kann ja nicht mal einmal würde euch sichtmassage oder genau auf facebook auf youtube oder ganz und die kann ihr nicht einmal würde euch mal zeit euch hat ja angst von mir hast du jetzt so angst wie ihr pfeife warum redet ihr mich nicht mehr mit mir mal durch hallo christian nicht und dann poland und dann mach jetzt sowas krankführer ich fasse jetzt noch mal an alle hier ich bin's ding müde ich bin auf dich ich bin gaschi weißt du ich finde das ist unmöglich bei ihr morgen sehen wir nicht auf sag okay treffen ich werde sagen warum und hierzu immer wieder scheiß mal männer jetzt fahre ich einmal noch was soll das ich bin sing sauer oder hey du ich mag dich was macht ihr denn was ihr macht wir haben geld ab sie und genau finde ich nicht bin jetzt sauer und deswegen ein pot so frech ist dann nehme ich ihn auseinander und stecke hier pommes kaufen oder mal fisch raus doch jetzt noch was fragen an nicht will morgen kommen wir nicht mehr rein und mach foto unser warum geht komm mir endlich mal dinge unter mit mir rede hast du jetzt so angst wie ihr port das ist ungefähr frag ihn mal warum welche welche größe rausholen darf müsst ihr hase ich frag gestern warum kannst du ihr nicht mal welche menschen unterscheidet aber ihr seid ja richtig klasse wie schatzi ich finde eigentlich nicht okay wenn ich so hindernisse voll dubbel und jetzt youtube alle ich finde nicht oder